Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge FischkopfTV. Hier ist der Fischkopf, wir spielen mal wieder Aston weiterhin in der Arena. Und die ersten beiden Matches mit diesem Deck waren sehr, sehr unangenehm. Das dritte oder das vierte, ich glaube das vierte oder das dritte, weil hatten wir vier, ich habe es jetzt nicht gesehen. Egal, das letzte Match war sehr, sehr gut, weil unsere Karten sehr, sehr gut kamen und der Gegner konnte nichts machen, konnte nichts machen. Das vierte Match. Er konnte nichts machen. Er konnte nichts machen. Und er war übrigens auch ein Schamane. Vielleicht haben wir ja jetzt wieder Gleck. Ich würde gerne diese Karten alle wegpacken und darauf hoffen, dass jetzt hier gute Sachen passieren. Leopard Gnome finde ich in Ordnung. Arcane Intellect kann man machen. Ich hätte gerne vorher einen Flamewalker draußen. Das wäre cool. Und diese Legendary hat uns bisher noch gar nichts gebracht. Gar nichts. Null. Zero, zero. Hm. Das finde ich nicht cool. Aber okay. Immerhin haben wir schon so einen besseren Schaden am Ende gemacht. Und er noch nicht an uns. Und gleich kommt ein Ogrebrood raus. Oder vielleicht coinen wir einen Piloted Shredder. Je nachdem. Hoffentlich kann er nichts machen. Oh, bitte nicht. Oh, shit. Er kann das machen. So, was ist es? Piloted Shredder? Nee. Oh, wir können natürlich Flamecanon. Machen wir aber nicht. Machen wir aber nicht. Der Ogre contestet schon ganz gut. Nächste Runde noch ein Piloted Shredder dazu. Ich meine, jetzt wäre es cool, wenn du noch nichts machen könntest. Er hat immer die Antworten parat, ne? Das ist keine direkte Antwort, aber hey. Oh, shit. Du musst den Ogre töten. Ganz klar. Ganz klar. Okay. Jetzt haben wir ein Problem. Wir müssen eigentlich die Flamecanon spielen. Oh. Haha. Okay. Das ist noch viel cooler, oder? Swing. Nice. Nice. Ich wäre traurig gewesen, wenn ich das jetzt nicht gesehen hätte. So. Und jetzt wäre so ein Zeitpunkt, wo du vielleicht mal nichts machen kannst. Können wir uns da einigen vielleicht. Das ist nicht nichts machen. Aber. Ah, shit. Ich spiele noch ein fucking... Ja, okay. Sonst hätte ich gesagt, Flamecanon, alles gut, kein Problem. Jetzt müssen wir noch daran irgendwie vorbei. Ich meine... Wir ziehen Karten. Flamecanon behalten wir nochmal. Okay. Das ist in Ordnung. Das ist gut. Wir machen sowas. Flamecanon rechts, rechts. Obra 9. Ich meine, diese 50-50-Chancen, ne? In letzter Zeit ist RNG-Sys echt nicht auf meiner Seite. Ich hatte es schon sehr oft, dass RNG-Sys genau das gemacht hat, was ich wollte. Aber in letzter Zeit... Nee. Irgendwie nicht. Irgendwie nicht. So, mein Freund. Wir spielen Shredder und wir fordern ihn heran. Oder wollen wir... Nee, so ist das viel besser. Weil hätten wir ihn jetzt damit angegriffen, er hätte... Weiß ich nicht, was er gemacht hätte. Also geht man nach Face, weil man sich denkt, er ist eh gleich tot. Oder klickt man das Board? Das Board klären wir wahrscheinlich... Ja, jetzt geht er Face. Das ist ja interessant. Und jetzt holt er den nochmal rein, oder was? Alter. Alter. Okay, da hätte ich aber so oder so nichts machen können. Das ist ein Problem. Das ist tatsächlich ein Problem. Okay, aber es gibt hier Mittel und Wege. Es gibt hier Mittel und Wege. Wir können hier nichts... geil auf Kurve spielen und alles. Was wollen wir denn mal loswerden? Ich glaube, den Dragon, ne? Zack. Ist hier noch eine Karte? Ja, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber noch ein bisschen Board. Wenn er jetzt seinen komischen Rocket... Tante 5, 2er wieder spielt, dann... Und dann Face geht, dann ist das... Oh, fuck. Kostet aber 6, ne? Das Viech. Ja. Okay, kann er jetzt nicht mehr spielen. Und jetzt ist er... Oh, nein. Jetzt ist er ein bisschen geoverloadet. Aber das hier, das tut weh. Die könnten wir wieder reinholen. Aber sie kostet 4 und der kostet auch 4 und wir könnten sie wieder spielen. Ist das sinnvoll? Ich weiß es nicht. Wir würden 4 Schaden verlieren, aber das ist, glaube ich, ganz gut. Come on, wir spielen... Wir spielen den. Spielen sie nochmal. Machen sowas. Ziehen dadurch noch eine Karte. Und der hier lebt noch. Es ist ein okayes Board. Ein Board auf jeden Fall, um das, dass er sich kümmern muss. Ich meine, die Eule macht natürlich die Kultmeisterin kaputt, aber wir haben jetzt, glaube ich, zwei oder drei Karten durch sie gezogen. Aber ich komme nicht drum rum, so ein Gefühl zu haben, dass ich das jetzt nur gemacht habe, weil das halt ging und weil ich so heiß drauf war, die Kultmeisterin nochmal zu spielen, obwohl er sie gezilont hat. Und das aber eigentlich nicht der bessere Move war oder der beste Move. Ich komme doch nicht drum rum, die. Ich komme nicht drum rum, dies zu denken. Warte mal, die hat doch Ansturm, ne? Das heißt, wenn ich die jetzt Face lasse, dann kann ich direkt damit angreifen. Wollen wir das? Zehn Schaden können wir machen. Das ist ja auch 18. Und wir haben noch vier Mana. Okay, was haben wir für Alternativen? Wir hauen den da rein. Machen dann den hier noch raus. Und dann hätten wir noch wie viel Mana? Fünf. Okay. Wir ziehen also eine Karte. Tschüss. Okay, cool. Und Hard Face. Wir müssen halt das Leben auch ein bisschen runterbringen, damit er sich auch mal um die Minions kümmern muss und damit er jetzt in der Gefahr... Er ist eh gerade in Gefahr, aber er kann mit den gewissen Geschichten... Oh, shit. Okay, das bringt nichts, weil der sich ja gleich selber heilt. Das schockt mich, cool. Aber hätte ich jetzt... Hätte ich jetzt nicht gemacht. Nee. Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Oh. Geil. Okay. Gibt es irgendwas, was wir facelessen wollen? Ich glaube nicht. Ich glaube, was wir jetzt machen, ist das hier. Weil ich auch endlich mal möchte, verdammte Scheiße. Okay, bitte. Zack. Zack. Ich möchte auch, dass das Ding hier stirbt. Jetzt passt hier gar nicht mehr aufs Wort. Okay. Ich will mich nicht beschweren. Ich könnte mit einem gewissen Zaubern jetzt hier Sachen machen, die mich sehr, sehr ärgern würden. Oh, hallo. Das riecht nach Polymorph. Das riecht sehr, sehr nach Polymorph. Warte mal. Aber wenn ich gegen jetzt würde, dann kommt wieder ein neuer Leppergnom, ne? Scheiße. Er ist nicht so straff. Ähm. Ich kann nicht so viel machen jetzt. Okay, ich weiß nicht, ob ich diese Legendary so gerne mag. Äh. Haben wir schon Liefel eigentlich? Haben wir die nicht aufgepasst? Tatsache. Tatsache. Hatten wir schon viel früher Liefel? Nee, ne? Erst mit diesem Zug. Sehe ich das richtig? Ich hoffe. Jetzt nochmal gewonnen, ne? Das ist ein bisschen komisch. Das ist echt ein bisschen komisch. Ich glaube, das ist schon das zweite oder dritte Mal in letzter Zeit, gerade in dieser Vorproduktionswoche, wo ich die ersten beiden verliere und denke, oh, das macht keinen Sinn und dann nochmal zwei gewinne und dann vielleicht noch sogar ein drittes oder viertes. Das wollte ich jetzt nicht so laut sagen. Oh nein. Ich frage mich, wie manche Leute immer so krass viel Arena gewinnen. weil sie so viel besser sind, echt, und auch schon beim Karten aussuchen und so. Das finde ich schon ziemlich crazy. Wie ist das möglich? Wie ist das physikalisch möglich? Physikalobrainologisch. Okay, Flamewaker behalten wir. Gegen Priester habe ich es gerade, du. Bei Priestern habe ich es gerade, habe ich es, den Priester hier, den kannst du ja eigentlich wieder an den Hut stecken, Digga. an den Hut stecken, ne? Das hat man ja auch früh gesagt. Wieso sagt man das heute nicht mehr? Steck mir das mal an den Hut, Keule. Steck mir deine Mutter an den Hut. Geht nicht, die ist so schwer. Oh Gott. Die Jugend von heute, ne? Die sind noch nicht ganz dicht. Die sind auch nicht ganz dicht. Ich habe eine Frage an vielleicht manche von euch. Ich weiß ja nicht, wie ihr so drauf seid, aber ich war letztens gezwungenermaßen in einer Mall, weil ich mir Sachen kaufen musste. Ich kann jetzt nicht darauf warten, den Flamewaker zu spielen und dann auch irgendwie einen Zauber zu machen. Ich muss das jetzt hier machen und bitte, bitte zwei in den... Yes, okay. Schade, weil wir den Flamewaker auch benutzen können für diesen Zauber, aber egal. Also ich war letztens gezwungenermaßen in einer Mall, weil ich vorher woanders war bei der Krankenkasse, um jetzt wirklich jetzt mal also den Grund rauszuhauen, damit ihr mir auch glaubt. Ist ja eigentlich egal. Ich war da und musste dann nach Hause und dann dachte ich mir, okay, ich brauche noch Boxershorts für die Zeit, die ich jetzt weg bin. Und ich werde sie nirgendwann mehr kaufen können, außer jetzt auf dem Rückweg nach Hause. Das ist schon mal die Forst Story für die Mall-Geschichte. Und dann war ich halt da und es ist mir aufgefallen, wie auch schon ein paar Mal zuvor, dass ja die Jugend heutzutage oder halt Teile der Jugend so ein bisschen an der Mall abhängen, einfach nur um da abzuhängen. Das ist so der Hotspot, da geht man hin. Ey, wo bist du heute? Ich bin in der Mall. Geil. Dann treffen wir uns da. Ja, da sitzen die dann so rum und gucken, horchen, machen Sachen. Das eine Pärchen, das war ja das Alexa, ich wohne ja in Berlin und am Alexa nach hinten raus. Da sind so Fahrradstände und so und da sind auch so kleinere, ganz minimale, kleine Grasstellen. Und da lag dann so ein Pärchen so mit dem, so Kopf an Kopf und die haben so ganz romantisch in den Himmel geguckt, wo ich mir dachte, in der Mall? Geh doch irgendwo in den Park. Egal, warte mal, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Polymorph und dann stirbt das Ding vielleicht und dann... Warte mal, wir machen es anders. Ich weiß, einen Polymorph braucht man eigentlich für was anderes. Aber das war doch so ein schöner Move gerade, das musste ich jetzt gerade mal sehen. Ach, der Polymorph war keine gute Idee eigentlich, ne? Na, come on, so haben wir zwei Minions rausgekriegt. Zwei Stück. Ich finde, es hat sich gelohnt. Ich finde, es hat sich gelohnt, Professor. Wir müssen hier so arbeiten und so. Er wird ihn wahrscheinlich heilen, ne? Das ist das Problem. Da hat er aber nur noch drei Mana über. Ich würde so gerne mal in meinem Leben einen Piloted Sky Golem spielen. Nein, tu es nicht! Nein, tu es nicht! Aua! Was kommt jetzt noch? Ja. Bin gespr... Okay, Harvest Golem und jetzt noch heilen, oder was? Ne, du hast da noch eine Karte paratet. Das macht mich nervös. Taunt? Okay. Für Leben hat er vier. Ein Mana mehr wäre cool gewesen. Aber das geht nicht. Okay, wir machen es so. Wir machen erst mal eine ganz coole Variante hier. Mal gucken, was da jetzt stirbt. Das ist okay. Das ist okay. Wenn sie jetzt das Board noch voll hauen, kriegen sie einen Flamestrike ins Gesicht. Wenn er beide in den Minion haut, dann ist das auch sehr, sehr gut. Ich meine, er kann den... Er kann den Yeti noch retten mit Heilung. Aber dann hat er noch vier Mana über. Es ist ein geben, ein nehmen, ein plus, ein minus. Es ist alles gut, mal schlecht, mal gut, mal nicht so gut, mal gut, mal besser, mal schlechter. Es ist ein Karussell der Gefühle. Sozusagen. Oh, shit. Das hasse ich so sehr. Und noch Heilung. Das heißt, wenn er den jetzt da reinhaut, er geht face. Nee, doch nicht. Okay, dann wird der Flamestrike ihn jetzt nicht töten. Und das ist ein Problem in der heutigen Gesellschaft. Deswegen bringt jetzt der Flamestrike eigentlich gar nichts. Wir müssen jetzt sowas machen. Wir müssen jetzt sowas machen und hoffen, dass er den nicht anders wegkriegt als mit seinem fucking Yeti. Aber er hat noch vier Karten. Er hat noch vier Karten. Wenn das Ding aber stirbt, dann kommt da ein vier Mana Minion raus. Und das könnte was Gutes sein. Das könnte auch was Schlechtes sein. Das könnte aber was sehr Gutes sein. Das wird wahrscheinlich was Schlechtes sein, aber es könnte was Gutes sein. Ja, er muss überlegen. Immerhin. Immerhin. Nicht gut. Ah, okay. Ja, das ist eine gute Taktik gewesen, Digga. Oh, snap und taunt. Auch nicht so geil. Da hätte mal was mit ein bisschen mehr Angriff kommen müssen vielleicht. Es ist... So, geh da rein, bitte. Du kannst dich nicht heilen. Das ist sehr, sehr gut, weil jetzt der Flamestrike Sachen macht. Es ist zwar ein Reset vom Board und wir haben da eine Karte weniger oder zwei eigentlich sogar, aber immerhin. Immerhin. give a minion one health bringt uns gar nichts. Tschüss. So. Okay. Hey, wir haben zwei Leben mehr. Geil. Ach, nö. Ach, komm. Ich glaube, es ist Abomination Time. Ich glaube, es ist Zeit für Abomination. Oh, yeah. Das ist doch albern. Es ist doch albern. Ah, wie ich es hasse. Okay, aber noch wäre er ja immer noch tot, ne? Aber er kann ihn noch heilen. Er kann ihn noch heilen. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Fahren wir in die Ferien. Das ist doch scheiße. Wir fahren in die... Nimm deine scheiß Mindvision weg. Oh, nein. Was hat er gezogen? Ich hoffe, das Armor Plating. Ich hoffe so sehr, das Armor Plating. Bitte, bitte, bitte. Ja, ja, ja. Nein. Oh, wie viel Leben denn noch? Oh, Gott. Alter, ich hasse dich. Und jetzt kann er noch heilen. Oh, Gott. Das ist nicht cool. Jetzt kann er nicht mehr heilen. Und ich kriege trotzdem beide weg. Schwing. Schwing. Und wir bohrt. Wir bohrt. Bohrt. Ist das ein krass lages Badge oder binde ich mir das ein? Wir haben doch 116 draußen drinnen, meine ich. Das finde ich schon mal nicht cool, dass er eine Karte ziehen kann. Das ist auch saueruncool. Wir bräuchten... Oh, shit. Well played. Hm. Und er ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber den hier übernehmen wir doch einfach mal. Und machen noch sowas. So, Digga. 5-8. 5-8. Und dann spielen wir die Kollegin auch noch. Und dann schauen wir mal, was passiert. Wir haben auch keinen Flamestrike mehr. Das ist richtig. Das ist richtig, was du da machst. Was kommt jetzt? Ich hätte ja noch einen Flamestrike haben können. Das wäre geil gewesen. Oh, wenn ich noch einen Flamestrike hätte. Man überlegt, ob er angreifen soll. Und jetzt? Okay. Interessant. Herr Specht. Hm. Ich überlege nur... Ja, es ist schon in Ordnung. Es ist schon in Ordnung so. Dann machen wir das halt so. Haben wir hier nochmal einen Force Tank. Und gehen dann da mit Face. Er hat zwei Karten. Er hat zwei Karten. Ich werde jetzt noch eine ziehen. Wenn er den... Stone-Skin-Bug-Brami-Bram-Bram da tötet. Und dann muss er halt Sachen machen, ne? Er wird dann wahrscheinlich noch die... die Kaltmeisterin töten. Was? Ich bin jetzt noch ein bisschen in Schosen, oder was? Alter! Alter! Hass! Er geht Face. Er geht Face. Wir haben... Oh, shit! Okay! Das war die Karte, die ich noch hatte. Das ist wieder... Das ist wieder... Das ist wieder vorgekehrt. Ein Minion mehr wäre schön. Haben wir aber nicht. Gut. Wir ziehen noch eine Karte. Oh, Gebruit. Oh, Gebruit. Okay, pass auf. Den hier müssen wir ja töten. Mit den beiden hier, ne? Das heißt, wir ziehen jetzt noch mal eine Karte. Duplicate! Yes! Yes, Mister! Yes! Oder? Jo. Kriegt er vielleicht noch ein bisschen Angst. Gut, das war dem nicht. Weil damit wird er jetzt die Kaltmeisterin töten. Oder geht er Face? Zwölf? Oh, oh. Wenn er noch direkt einen Schaden hat, das war, glaube ich, nicht so schlau von mir. Ne. Okay. Alles klar. Hallo! Noch zweimal Kaltmeisterin. Und was hast du jetzt? Wenn er einen von beiden töten kann, also den Drake wahrscheinlich... Nicht dein Ernst! Nicht dein Ernst! Oder hat er immer noch Südleben? Ich fasse es nicht. Und ich kriege keinen von beiden weg. Und so bin ich tot. So hat er Liesel. Oh, immerhin. Oh, jetzt! Wir können sogar den Idiotöten. Habe ich gar nicht gesehen. Oh. Okay, Digga. Oh, es ist spannend. Oh, ich kriege... Oh, Leute. Es ist... Ich finde es gerade super spannend. Und er könnte uns aber so hart topdecken irgendwie. Die ist nicht cool. Aber im Moment kriegen wir sein Board weg. Alles klar. Alles klar. Heil dich ruhig. Das bringt dir nichts. Aber diese Karte... Shit. Das bringt dir was. Nein. Und er kann auch in Rogen spielen. Und mein Deck ist... Mein Board ist kacke Arsch. Erneuertron. Ganz, ganz schlechte Idee. Ähm... Kaltmaster wiederum. Gute Idee. Gute Idee. Zack. Yes. Yes. Oh mein Gott. Oh, ist das schön. Okay. Ähm... Jetzt dürfen wir bloß nicht spielen, woran er quasi sich dann verletzen nur kann. Lass uns... Lass uns... Lass uns... Mana effizient spielen. Wow. Ist das... Findet ihr dich? Ich finde das gerade hammer spannend, das Spiel. Im Moment wird es schon für ihn, finde ich, schwieriger jetzt noch zu gewinnen. Aber es ist noch möglich. Na, was kommt jetzt? Ein Spellbreaker. Natürlich. Ja, das mit dem Heilen wird das eigentlich nichts bringen, mein Freund. Okay. Ich finde, der Spellbreaker war falsch rum. Zack. Sollen wir nochmal Karten ziehen? Wir könnten nochmal Karten ziehen. Geil. Ähm... Ich überlege gerade... Ja, das machen wir jetzt. Und dann spielen wir die beiden hier. Und im Moment kann er uns nicht töten. Alter. Okay. 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 Gut. Die Kultmeisterin stirbt. Na und? Wir haben jetzt acht. Oh, wir haben ziemlich viel Schaden. Der würde auch sterben. Deswegen warten wir das noch kurz ab. Die machen zwei Schaden, ne? Oh! Okay. Ich wollte halt nur den schlauesten Weg mir aussuchen. Sehr, sehr, sehr schade, wie ich finde, dass wir das jetzt nicht nochmal richtig finishen konnten. Aber ich fand es trotzdem sehr, sehr spannend. Ich hoffe, ihr auch. Und wenn ihr es spannend fandet, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Tuppt euch in den Kommentaren aus, wo ich vielleicht noch hätte was besser machen können. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Das war ja Fischkopf. Bis dann. Und tschüss. Tschüss.